hallo leute ja wir hatten ja zum schluss noch mal gesagt wir müssten mal gucken wie wir das dann hinkriegen generator bauen oder so was aber eigentlich brauchen wir keinen generator bauen weil wir noch hier so ein stromteil hier drin das müsste doch unsere versorgung sichern oder bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher aber vielleicht brauchen wir das sogar nur hier auf dem anhänger mal gerade stellen und dann lädt er auch ganz einfach so geht's schaut mal das logo und dann gehen wir auf den großbildschirm ja einfache lösung wenn man weiß wie das heißt wir können jetzt einsteigen können aber weiterfahren jetzt ist nur die frage wie geht es weiter sind wir jetzt hier vorbei gefahren oder sind wir hier her gekommen ich glaube wir sind hier schon lang gegangen um vielleicht irgendwie biomasse zu finden wieso ist denn vorne an unserem ding jetzt biomasse dran das muss jetzt einer verstehen oder da war doch vorhin nichts dran oder oder in der letzten folge viel mehr oh man irgendwie kommen wir gerade hier nicht runter ist tatsächlich eine biomasse drauf funktioniert jetzt aber nicht andersrum ne ja okay nicht so schlimm wird schon irgendwie sein was ich machen wollte ist das hier wenn wir da vielleicht mal rüberfahren können also hier ist quaz aber ich wollte kein quaz haben jetzt wird schwierig hier durchzukommen ich wollte irgendwo absteigen das war schon richtig hier ging so ganz groß runter ich glaube das ist hier da fahren wir mal runter mal gucken ob wir da unseren schwebe finden machen wir hier denn an können noch zu weit weg mit das hier voll wird so eingestiegen und losgefahren oder wie ist das so dann wollen wir mal gucken ob wir hier runter kommen ohne uns kaputt zu fahren sieht ein bisschen kaputt hier alles aus jetzt sind wir hier schon so halb wieder runter gefallen ne 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 du bleib mal da oben umdrehen einsteigen und losfahren geht das noch hier nochmal aussteigen so jetzt weiter fahren die ist jetzt so eine tolle rampe dann so jetzt habe ich alle wo ist das ding da oben so erst wieder material abbauen dann was hinkriegen so jetzt haben wir voll so jetzt haben wir voll er hat mich nicht erwischt so kommen wir hier runter gefahren ich hoffe es diese komische pflanze müsste ich dann mal weg machen so so okay gerade so irgendwie geschafft darunter zu fahren so nächste ebene hier da will ich nicht rein fahren hier haben wir harz da haben wir laterit kurz mal hier weiter gegangen wenn das noch quats hier ist das nächste loch was dann tief runter geht vielleicht sollten wir das nochmal in angriff nehmen unser wagen da hier rein kommen wir da so hin ich glaube schon hier ging es dann runter oder hier hier ich steige mal hier mal aus und gucken wir das war hier eine rampe gebaut kriegen die sieht ja eigentlich hier schon so brauchbar aus so ein bisschen oder ich sehe das hier ich sehe mal da so runter gute frage es ist nicht hoch die schräge ist nicht passender oder ist das für ein teil da unten keine ahnung jetzt brauchen wir hier noch was ab okay Okay, wir haben keinen Sauerstoff. Mal wieder zurück zum Auto gerade. Einmal wieder Luft holen. Und weiter bauen. Gucken, dass wir hier runterkommen. Gucken wir mal. Dann kriegen wir hier die Tiefe jetzt hin, langsam. Das sieht nur ganz schön tief aus, oder? Das müsste man hier oben noch mal abbauen, glaube ich. Sauerstoff wird weniger, wir gehen wieder zurück zum Wagen. Schneller. In der Luft holen, aber wir können mit dem Wagen diesmal weiter vorfahren. Hier müssen wir aufsteigen. Wo kommt das Ding weg? Von oben, okay. Wo ist es? Die brauchen wir jetzt nicht. Das hier noch ein bisschen wegarbeiten. Quarz ist da, okay. Dann fahren wir mal hier rüber und fahren da lang, ne? Drehen wir hier mal um. Die Kurve machen wir dann. Irgendwie müssen wir wieder am Geländer runter. Irgendwann müssen wir doch mal unten sein, oder? Okay, wir haben keine Luft mehr. Aber wieder zum Fahrzeug. Dann können wir aber wieder ein Stück vorfahren noch. Hier wieder aussteigen. Nur das war verkehrt. Jetzt müssen wir aber langsam da sein, ne? Am Erde, oder? So. So. Hier die Decke weg. Was ist das da hin? Quarz. Sicher. Sauerstoff fehlt. Schnell zurück. Ja, wir sind auf dem Weg. Keine Sorge. Und eingestiegen. Wir fahren mal wieder ein Stück voran. 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 Wir fahren mal wieder. Wir fahren mal wieder. Wir fahren mal wieder ein Stück voran. Nein, ne. und um so jetzt sind wir dann unten werden ein bisschen breiter machen dann müssen wir mal gucken ob wir da hinkommen und da hoffentlich schwebel finden das ist das entscheidende ich war jetzt gerade ziemlich stick umlauber kann das sein und wir sind schon bei 20 minuten das heißt wir sind eigentlich auch schon wieder mit der folge durch weil ich würde jetzt gerne noch mal hier gerade gucken dass wir hier irgendwo was finden was wir brauchen was ist das denn jetzt hier für den dingen eigentlich sie irgendwann ist dieses teil nicht wirklich hat und literate ist da aber ein stück weiter da vorne ist nun durchbruch europäisch gehabt mehr ist fast alle oder ist alle warte da ist eine komische pflanze das war jetzt nur eine oder waren das mehrere und das war nur eine stelle immer wieder aus und ich denke wenn man jetzt hier einen cut und hoffen dass wir hier irgendwo noch schwebel finden keine ahnung wir werden sehen ich sag mal erst mal recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keiner überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt ein daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit welches nächste video hochladen gerne kommentare schreiben auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao